Das ist der nächste Rüster aus dem Hauptmarkt, entwickelt von Blondinen für Blondinen, nur wenn der Männer dabei ist. Dann kannst du den Blutland in den Trollstädten. Jetzt geht's los. Anton Pellig, jetzt, jetzt, los. Hier startet die Rüster und es geht los. Auch guck mal, ernst, jeder Handtasche dabei. Das ist aber nett. Die Herren sind Handtaschenträger. Das hätte mein Mann früher nie gemacht. Kannst du meine Handtaschen nehmen? Geh'n mir die auf den Kopf gehauen. Die Damen halten wieder Händchen, zerfickt den lieben Kerl. Jetzt geht's los. All righty, jetzt geht's los. Ein herzliches Willkommen in Hübschen, Transporter, Giro, Druck, Schauer, der Rütsch. Dann wollen wir mal, gibt Kettche, Annette, jetzt geht's los. Dann wollen wir mal, Achtung, Föhrisch. Und, dass der Händschaft dann bleiben. Was macht man? Denn früher oder später, Rang geht an Sanität. Das kann noch besser. 40 Meter Händschaft fahren, jetzt geht's ganz nach oben. Achtung, Föhrisch. Wir starten die Motorrad. Und los geht's. Also, erster Wahl, auf geht's. Wer heißt du? Jasmin. Jasmin, du spielst heute gegen die Toronto Rapplers. Kriegst du das hin? Okay. Auf geht's. Erster Wahl. Auf geht's, Jasmin. Äh, nicht schlecht. Du hast Bescheid. Also, 1000 Punkte haben wir schon mal. Der zweite Ball. Auf geht's. Oh, war auch nicht schlecht. Von den letzten machst du auch noch. Wer trefft, bessere Gewinne. Sehr gut. 2000 Punkte. Also, da haben wir einmal alles von hier, hier oder hier. Jetzt sind jetzt alle drei Regenwasser, hier gucken wir mal noch wieder. Jetzt ist ja alles über hier. So, kannst alle nichts auch noch weiter. Alli, alli, alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Legen da runter, oh, Sorge. Ja, das sagt man auch immer so. Wer hat keine Ängste und keine Sorgen hatte. Le voilà, 85 Meter hoch in unserem Mündchen. Darf ich mich vorstellen? Ah, ich bin die Angst. Und ich bin der Osego zweites Mütterlicherseits. Ich bin die Sorge. Dann wollen wir mal. Schau, was sind die vier Gäste. Aber die brauchen, die brauchen sie nach dem Kopf. Also, zweite Runde. Auf geht's. Ja, alles. Hier hat es dann Hegel noch so. Zwei Treffer noch, dann haben wir schon ganz normal. Jetzt gibt alles weg. Die Bühne öffnen sich ganz automatisch noch. Hä? Jetzt was? Ein herziges, äh, ein herziges, so geht's gut. So, jetzt ist das was, die Zappel.